ja meine Freunde hier sind wir zurück zu einem Video das ist ein Video zu ähm was ich halt den ich auf meinem Kanal machen werde dafür müsst ihr halt mir der besten Geld spenden, ich werde nebenbei auch noch Geld sammeln von mir, sagen wir mal dass ich verdiene ähm, und ja ich bin froh mit dem ersten Spielern Geld spenden, der Worte und Sonnandress kennen die meisten wahrscheinlich gut euch, die haben das damals auf PC-Person gespielt oder auf PS2 beziehungsweise und ja, das würde ich gerne äh, auch Lack-Plane ich hoffe es würde euch auch interessieren wie schlecht ich bin oder wie gut ich will, ich kann euch auch die Sheets benutzen, wenn ihr es wollt aber, wenn ihr es wollt, könnt ihr auch Sheets benutzen dann Battlefield 1 kennen die meisten, sind Steam-Ballies-Spiel da draußen kostet auch nicht mehr so viel mittlerweile ähm, ja wenn ihr das sehen wollt, das ist ein Kanal natürlich, daumen nach oben schreibt einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr sehen wollt und, ja dann zunächst mit dem Kenneth Kennehm erlebt also, das Spiel auf der Bulwur Academy hier steht, der Hauptperson heißt Bully und das Spiel habe ich damals auf der PS2 ich dachte, ich glaube, die E noch da war nur bei PS2, ich war auf der PS4 und, ja, da spielt man als so'n Typ für das Bild lesen und alles mögliche und macht nicht für Stustport, ähm, die Ark Helmini die Ark Helmini versucht dich normal zu machen, wäre nett zu, zum vorletzten kommen wir dann zu Ark Survival Evolved kennt ihr wahrscheinlich alle ähm, das ist ja ein schon älteres Spiel und es geht halt nur um das nackt überleben und das wollt, daumen nach oben und zu guter Letzt Outlast kennt alle, von Korn, oder was auch immer wenn ihr das auf meinem Kanal seht, im Horrorgame mal dann, ähm, legt einen, haut einen großen Daumen nach oben und schreibt es in den Kommentaren und jetzt war's das für das Video falls es euch gefallen hat und schreibt natürlich in den Kommentaren, was ihr sehen wollt und tschüss